Bei einem Arbeitgeberverband denkt man zuerst an die Bilder aus dem Fernsehen. Nach einer langen Sitzung bis in den Abend hinein verkünden Herren mit ernsten Gesichtern das Ergebnis der Tarifverhandlungen. In der Tat, Arbeitgeberverbände haben den verfassungsrechtlichen Auftrag, mit der Gewerkschaft Tarifverträge zu gestalten. So auch die Unternehmerverbandsgruppe mit ihren sechs Einzelverbänden. Über das Tarifgeschäft hinaus ist die Unternehmerverbandsgruppe aber vor allem ein moderner Dienstleister für Arbeitgeber. Die Zentrale der Unternehmerverbandsgruppe, kurz UVG, ist das Haus der Unternehmer in Duisburg. Wir haben innerhalb unseres Verbandsgebietes aber auch regionale Geschäftsstellen, und zwar in Mühlheim an der Ruhr, Dienstlaken und Behold. Weil drei der sechs Unternehmerverbände bundesweit aktiv sind, betreut die UVG auch außerhalb dieses Kerngebiets viele Firmen. Als UVG-Mitglied steht Ihnen unser Team aus acht Rechtsanwälten ständig zur Verfügung. Die Juristen sind Experten für alle personalrechtlichen Fragen und vertreten Sie als Arbeitgeber auch vor Gericht. Drückt Ihnen etwa der Schuh bei Fragen zu Arbeitsverträgen und Kündigungsrecht oder zu Betriebsvereinbarungen, Sozialplänen und Einigungsstellen, dann beraten wir Sie verlässlich und schnell und geben Ihnen damit Rechtssicherheit. Als Sozialpartner gestaltet die UVG innovative Flächentarifverträge sowie maßgeschneiderte Verbands- und Haustarife. Mitglied der UVG sind aber auch Firmen, die nicht tarifgebunden sind, denn unsere sechs Einzelverbände lassen den Firmen die Wahl, ob sie mit oder ohne Tarifbindung vertreten werden wollen. Die Arbeitswelt wird flexibler, zum Beispiel was Arbeitszeit und Entlohnung angeht. Darauf müssen sich Unternehmer einstellen. Unsere zwei Verbandsingenieure helfen Ihnen dabei und gestalten zum Beispiel leistungsorientierte Gehälter, bauen Schichtpläne zeitgemäß auf oder organisieren Arbeitsplätze neu. Zudem erarbeiten unsere ausgebildeten Demografieberater für Sie zukunftsfähige Personalkonzepte. Die Unternehmerverbandsgruppe bringt Ihre unternehmerischen Interessen auf allen Ebenen in Politik, Verwaltung und Wirtschaft ein. Den direkten Draht zu Ihnen knüpfen wir auch über unsere Arbeitskreise Personal, Tarifpolitik, Berufsausbildung, Arbeitswirtschaft, IT und Öffentlichkeitsarbeit. Besonders nachhaltig wirken die fünf weiteren regionalen Arbeitskreise Schule, Wirtschaft sowie einige Schulprojekte, die der Unternehmerverband trägt. Durch sie erhalten Lehrer Einblick in Unternehmen und Schüler Orientierung bei der Berufswahl. Zum Standortfaktor Bildung zählt auch die MES, Mercator Executive School. Dieses Aufbaustudium für den Führungsnachwuchs bieten wir in Kooperation mit der Universität Duisburg-Essen an. Wichtiger Mehrwert für unsere 700 Mitglieder ist das Netzwerk. Dieses besteht aus über 5000 Ansprechpartnern bundesweit, darunter rund 1000 Entscheider. Geschäftsführer, Fach- und Führungskräfte sowie Personaler kommen regelmäßig zu Erfahrungsaustausch und Meinungsbildung zusammen, etwa bei Foren, Unternehmertagen oder Business Breaks. Standpunkte und Positionen der Wirtschaft bringt die UVG mit einer gemeinsamen Stimme in die Öffentlichkeit. Unser Journalistenteam kommuniziert über die Presse, die Verbandszeitung Unternehmen sowie über Internet und Newsletter. Diese fünf zentralen Dienstleistungen gelten gleichermaßen für alle sechs Unternehmerverbände, von denen drei regional aktiv sind. Der UVM-Unternehmerverband der Metallindustrie Ruhr-Niederrhein ist ein Tarifträgerverband. Mitglieder des UVM sind zum Beispiel Maschinenbauer, Anlagentechniker, Werften oder Unternehmen der Elektroindustrie. Branchenübergreifend sind unsere beiden Regionalverbände UVRN und UMW tätig. Der UVRN, Unternehmerverband Ruhr-Niederrhein, ist ein allgemeiner Arbeitgeberverband. Der UMW, Unternehmerverband Mülheimer Wirtschaftsvereinigung, ein lokaler Wirtschaftsförderungsverband. Bundesweitmitglieder haben die drei Verbände UIS, USB und USD. Der UIS, Unternehmerverband Industrieservice und Dienstleistungen, ist ein Tarifträgerverband mit Mitgliedern aus dem Bereich Industrieller Service. Der USB, Unternehmerverband Soziale Dienstleistungen und Bildung, gestaltet die Arbeitsbedingungen seiner Mitglieder mit und ohne Tarifbindung. Zum USB gehören Krankenhäuser, Pflegeheime für Senioren und Behinderte oder Betreuungs- und Bildungseinrichtungen. Und nicht zuletzt der USD, Unternehmerverband Service und Dienstleistungen, die ein allgemeiner Arbeitgeberverband ohne Tarifbindung ist. Mitglieder des USD kommen zum Beispiel aus dem Messebau, der Gebäudereinigung oder dem Facility Management. Mitglied im Unternehmerverband kann jede handelsregisterlich eingetragene Firma werden. Auf die Größe kommt es dabei nicht an. Wir haben 80% mittelständische und auch viele kleinere mittelständische Unternehmen. Und nur 20% machen die großen Konzernunternehmen aus, wie etwa ThyssenKrupp, Siemens oder Hitachi. Der Verbandssitz der UVG ist zugleich ein modernes Tagungs- und Kongresszentrum. Das Haus der Unternehmer in Duisburg bietet den passenden Rahmen für ihre Business-Events, ebenso aber für ihr nächstes privates Fest. In unseren Tagungsräumen bieten wir auch Seminare für Fach- und Führungskräfte an und decken damit gezielt und praxisnah den unternehmerischen Bedarf an Weiterbildung ab. Die UVG Unternehmerverbandsgruppe – der moderne Dienstleister für Arbeitgeber.